Na, wird das Format schon langweilig? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Los geht's. Ihr müsst ihn euch beleidigen, bestimmt seid ihr mehr als viele. Hä? Du kannst nicht einfach Sätze anfangen und sind ja nicht zu Ende. Sag mal anstatt Huren, Sohn, Fickschnitzel. Schreib doch mal statt Scheiß-Kommentaren sinnvolle Kommentar-Maildown. Kann ich mich in diesen bescheuerten Karton verstecken? Vor was? Vor deinem traurigen Leben? Woher willst du wissen, ob sein Leben traurig ist? Halt dein Maul. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Tja, ihr Spastis. Das war's für diese Woche. Abonniert den Kanal für noch mehr Karton in eurem langweiligen Leben. Ihr Hurensöhne!